Ich hab Zielobjekt gesichtet. Das ist einfach nur ein Bauer. Hände auf den Boden, Hände auf dem Boden. Alles kaputt. Das ist einfach nur ein Bauer. Oh nein, ich hab auch ein Tomatenfeld. Ich fühle richtig mit dem mit. Oh nein, jetzt hat er hier seine armen Tomaten und Meis und sowas aufgebaut. Wollen wir nicht eigentlich mal die Feuerwehr rufen oder so? Die Feuerwehr? Ich bin sowas von hoheniert. Ach Bobby, wie kann er das nur weiterhin überleben? Was soll ich denn jetzt noch tun? Oh nein. Also pass auf Markus. Können Sie vielleicht den Täter beschreiben, wie er aussah? Damit wir als Cyberpolizisten uns mindestens dann die... ... noch einen Typ aus, der sie belästigt hat. Er trug einen goldenen Hatz zu. Einen goldenen Hatz zu. Nehmen Sie uns nicht an. Genau.